Es ist so, und das hat sich ja gestern durch die Aussage oder die Ansage von Tim Wiese, hat sich das ja eigentlich auch nochmal bestätigt, dass wir im Wandel sind. Und das ist einfach, dass wir auch in einer Phase sind, wo Dinge, die seit langer Zeit eben bestanden haben, Tim Wiese war jetzt sieben Jahre bei uns, ich glaube, das war eine tolle Zeit. Aber dass es eben auch im Fußball dann, dass der Moment kommt, dass man sagt, so wir gehen getrennte Wege. Und ich glaube, das ist durchaus eine normale Sache. Und von daher glaube ich, sind wir auch Tim Wiese keine Frage, das ist ein Verlust als Figur, als Torwart. Und man hat sich auch daran gewöhnt, aber ich glaube, dass wir auch auf dieser Position auch für die Zukunft sehr gut gerüstet sind. Und so gilt das für die anderen Positionen in ähnlicher Weise. Und eventuell werden uns noch einige Namhafte verlassen, das kann sein, steht aber auch noch nicht fest. Aber auch für diesen Fall werden wir gerüstet sein und wiederhole mich da nochmal. Ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft zusammen haben werden im nächsten Jahr.